Musik 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 Schon wieder Jonas? Keine Ahnung Ja, GTA hat sich aufgehängt Alter was bist du für ein Spuss Scheiße Mein ganze PC hängt grad Echt? Schon wieder? Ja Ach Jonas, was hast du denn für ein PC? Ach Sag ich mir, wo ist eigentlich der Punkt? Hallo scheiß Ding Oh Mann Ich finde den Punkt, ne Das fällt mir auf sein Warte Ich flieg da mal mit meinem coolen Flug Was? Ich hab gestürzt Ich flieg mit meinem Flugzeug und das ist einfach mal Rechtsstick von 5 Milliarden Was hat das? Rechtsstick Der lenkt nach rechts obwohl ich nichts drück Wasser Jetzt steht der auf seinen roter Blättern vorne drauf Also auch so eine Schnauze Ja Das heißt, du bist jetzt da beim Airport und hast sozusagen einen Flugschein, den illegalen und dann kannst du das im Flugzeug fliegen Ja Hm, ich glaube ich besorgt mir mal nicht illegal Der kostet 25.000 Was im Ernst jetzt? Mhm Mhm Oh Okay Doch nicht Und der illegale, wo bekomme ich den her? Ähm, bei den lilanen und bei den grünen Männchen Und was muss ich da eingeben? Du gehst zu denen hin und sagst, ich bin illegal im Flugschein Aber mit Schickstrich B Okay Ich fliege mit dem Flugzeug hin und äh Soll ich jemanden abholen? Nö, nö Oh nein! Man lenkt hier mit der Maus Weiße Oh, was hast du gedacht? Ich hab die Maus kurz bewegt und dann bin ich fast abgestürzt Achso Will jemand mitfliegen? Nö, nö Ist grad langweilig Bist du am Flughafen? Nö, ich flieg grad über Los Santos Okay Und ich kann noch eine Person mitnehmen Vielleicht seh ich dich ja Nö, ich seh dich nicht Ich bin bei Rheinwood Puh, ja, keine Ahnung wo das ist Ähm, dort wo mein Haus ist Okay Falsch abgebogen Das sind ganz viele Flugzeuge, aber die stehen alle Dann bist du am Airport Nein, die ist mitten im Wasser Am Wasser meinst du? Ne, mitten im Wasser Am Ne, im Ähm Warum denn? Ich bin doch grad am Airport bin ich grad vorbeigefahren Leute, ich steh jetzt bei Helis Ey, ich wurde angestupst Jetzt sind sie weg Nein, nach oben! Lol, jetzt bin ich vom Servo runter Echt? Wurde ich angestupst von Paddy kann das sein Ey, warte, ich muss gucken Ich wurde nicht angestupst Ich wurde angestupst So Ich muss irgendwo landen Und die Nachricht von Paddy zu lesen Achso, der will wahrscheinlich nicht reinstehen, weil da steht YouTube Aufnahme Oh 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 Jonas, wo bist du? Dort Da das Bauen fällt Genau um zu landen Die Wand auf deine IP Da musst du ihn im Forum wieder freischalten Das ist scheiße, Jonas Und die Diesmal guck ich Du bist mein Flugzeug, ihr Klaus Alter, dieser Spaß Ja, 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 fahr gegen die Wand, extrudier Komm, extrudier Läuft bei dir Oh, oh, oh Hoppfer, Jon Wohren entfällt im Riesenhaus Echt? Ja Alter, wie groß Hier raus Da So, jetzt hole ich mir erstmal eins von den fette Autos Falsch abgebogen Jonas, wo kannst du dir fette Autos holen? Bei meinem Haus Bei welchem Haus bist du bitte? Warum? Ich hab mich halt wo eingemietet Achso Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt an meinem Haus Wo finde ich eigentlich die ganzen Leute, die so rot sind und so Jamba, wie hast du dich in den Kopf gemacht? Jamba Äh, Paddy hat mich angestubst, soll ich ihn kurz reinziehen? Ja, zieh ihn mal rein Der User wurde in deinem Kanal gewechselt Das bestimmt Lol Oh, karte, ich hab mein Auto schon wieder geschrottet, ey Wie lange geht die Aufnahme schon? Wie lange die schon geht? Ja Hm, dreiviertel Stunde Und mein Auto ist kaputt Wie lange, und wie lange willst du sie machen? So lange die mir Bock hin Was wenn dann morgen in drei Stunden Aufnahme auf dein Kanal kommt? Dann kommt halt ne drei Stunden Aufnahme Hm Oh, Paddy, ich wurde angestubst, ich wurde angestubst Chill, warte Okay, ich warte Wenn du willst, Paddy kann ich dir später auch so einen Klopf machen Das fand schön Oh, nein, dieses Mal Äh Oh, Mann, du! Ich will mal gespielt Ja, wo würde ich in GTA reingehe und den Motor starte meines Flugzeugs? Hey, Waker! Äh, ähm Wie viel hat mich das BD gekostet? Die Maut Hör auf, 250 Dollar Was? Nein, warte, bis zu 750 Dollar kann das kosten, glaub ich Wieso das? Ist halt ne Maut Ist halt ne Maut Flieg, 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 flieg Brinn, brinn nicht Ich suche nicht Es brennt Es raucht Es fährt ins Wasser rein Ok, nein, das ist kein Wasser, das ist nur ein hässiger Boden Läuft bei dir gerade Ich hab, ich hab Ich hab einen Fallschirm Jonas, soll ich dich abholen, irgendwie hier, oder? Ich hab das Auto, aber Wo bist du? Ich bin grad meine letzte Lieferung abholen Äh, abliefern Ok Ja, kommt dann mal zum Spawn Ok Ja, mir ist egal, wer kommt Ich komme Ok Ich muss ganz kurz Rute, ich nicht, geh zum Truck-Dingens Ok Die Berufe Trucker auswählen Ok, ich fahr jetzt zum Truck Ich komm auch, ok? Ja Dann fahren wir nochmal ne Runde Truck Mach das, ich geh, ich geh Scheiße Diesmal versuche ich keinen Unfall zu bauen Mach das Ich bin grad auf der Luftstrecke dahin mit 120 km auf Ok Das kann auch ein bisschen dauern Du solltest mich erkennen, ich hab ne riesen fette Dampfort hinter mir Ey, sie ist schon Bist du schon da? Ne, ich bin auf dem Weg Ok Ok Ich flieg mal oben ein bisschen rum Jetzt lang Aber ich find grad eh den Weg nicht Ich glaub fliegen wär richtig geil Ich glaub bis zum nächsten Mal besorge ich mir so nen Flugscheine dann Oder? Ja komm Ja, ja, ist übelst geil Ja Kann ich die Motor irgendwie umfahren? Ne, oder? Doch, aber ähm, dauert lang Licht 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 Ja, du musst dann durch die ähm Durch, also durch das Land fahren Also durch die Landstraße und so Ah, mein Flügel brennt! Geil Geil Ist mein Flugzeug noch? Äh, es geht noch Oh, oh, rutsch-rutsch Ich rutsch-rutsch Ich rutsch-rutsch Ich rutsch-rutsch Vorfahren Alter, wenn du herkommst, ne, du bist auslusten Wer? Äh, Ding Jonas Biss du? 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 Nö, wie mich einfach mal die Polizei überholt Biss du? Boah, ich seh einfach nichts! Oh, 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 oh Ich höre ein Flugzeug Ja, das bin ich! Wui! Ah! Tschüss! Das kann nur Jumper sein Siehst du die schwarze Wolke? Ne, ich guck grad nicht nach oben Äh, okay, irgendwie bin ich hier Ich bin unten Ich bin unten irgendwo Hä, wo? Äh, dort wo du mit dem Auto verreckt bist Hä? Ach da! Oh, Mama, da steht ein Irgendwas Guck da, da, genau da, wo du verreckt bist Das steht jetzt mein Flugzeug Siehst du's nicht? Oder wo bist du grad? Fahr weiter Was, was bedeuten eigentlich in der Map diese roten und grünen Bereiche? Ähm Oh, ich glaub ich bin falsch gefahren Du meinst lila und grün Ja, du meinst lila und grün Du meinst lila und grün Äh, das ist die Oh ne Da findet der Band im Krieg statt Ah, okay Ich hab mich grad mega verfahren Wenn, guck mal Oh Gott Dann kannst du bei den grünen keine Waffen mehr kaufen Okay Also das sind halt Zonen Ich muss hier links So, das ist ne Bahnstrecke, ups Ich muss hier nicht links Jonas, wo bist du? Ich war grad in der Pampa Ich war grad in der Pampa Ich ne Bahnstrecke Hey, wake up Was sagt du denn? Alter Wo bist du, Digga? Was? Digga Alter Nein, 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 nein Auto nicht kaputt gehen Nicht schon wieder Ah, ich hab's geschafft, endlich Ich konnte nicht Warum kann dich grad nicht auf Map drücken? Oh Junge Ich hasse dieses Wake up Okay, ich bin da Wir sind Andreas Achso, Patti ist auch auf dem Server Patti entmüte dich mal Okay Hallo 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 Hey Patti, ich hab ein Flugzeug Aber das ist so kaputt Wenn ich doch einmal irgendwo gegen fahre, dann explodiert Wo bin ich? Warum lachst du so? Es wird jetzt eigentlich schon explodieren Warum lacht Patti so? Wo bin ich? Patti, was bist du für'n Job? Ah, aufsteigen, verdammte Also Jonas, bist du schon an diesem Abhol-Dings? Ja, ich fahr' jetzt grad los Okay Mein Flugzeug Mein Flugzeug ist zehnmal explodiert, bevor es aufgehört hat zu explodieren Lol Einfach mal so bang bang Hä? Hä? Es ist zehnmal explodiert, bevor es aufgehört hat zu explodieren Ja Hä? Es war so zehnmal hintereinander Explodiert's einfach mal Und dann hat's aufgehört Ja, dann hat's aufgehört Oh, ne bitte nicht Was? Äh Ich hab' ein kleines Problemchen Was ist jetzt Jonas? Bist du tot? Ich bin auf der Seite gelegen Patti Hä? Bist du auf dem Server? Ja klar Okay, sollen wir dann ein Ding machen? Äh Hast du einen illegalen Flugschein? Äh, ich hab' gar nix Ich hab' schon seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt oder so Ja, okay Du jetzt mit deinem GTA 5 wahrscheinlich Nein, wie kommt's los da drauf? Es wird jetzt für dich ganz schlimm sein, hier wieder auf 3 umzustellen, oder? Hm I'm running I'm running Äh, Patti Sollen wir dann Flugzeugkampf machen? Lass mal irgendwas ausrauben gehen, oder sowas Und jemanden umbringen, ich brauch' Geld Ich komm' mal zu arbeiten Man bekommt kein Geld von Leuten umbringen Ich hab' keine Ahnung, lass den Tankstil oder sowas ausrauben Patti, du bist in GTA 3 Äh, das ging doch hier auch nochmal Das geht Aber erst um 18 Uhr Ja, schon mal auf die Uhr Ja Okay, ich ähm Lass mal am Ende der Folge was machen Juli, du fährst jetzt dein Ding zu Ende Hab' ich schon Okay I'm Panda Hol' mich ab Dann Dann Beenden wir kurz die Aufnahme Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn wir die Tankstil ausrauben Hol' mich ab Okay Ich mach' einen kleinen Cut Bis dahin Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis gleich Tschüss So Alles